NASA, Elektrosmog und Wasserstoff. Wie hängt das zusammen? Nun, das ist ganz einfach. Die NASA verabreicht ihren Astronauten Wasserstoffwasser. Präventiv. Warum? Weil die Strahlenbelastung im Orbit natürlich deutlich höher ist als bei uns auf der Erde. Was hat das mit Elektrosmog zu tun? Elektrosmog ist auch Strahlenbelastung hier bei uns auf der Erde und es erhöht den oxidativen Stress in der Zelle. Und wie ich das vorhin schon angedeutet habe, ist genau da die Stärke von Wasserstoff, nämlich die Reduzierung oder die Verminderung des oxidativen Stresses der Zelle und der Reduzierung der zellschädigenden Hydroxylradikale. Und das weiß natürlich auch die NASA und deswegen nutzt die NASA Wasserstoffwasser für ihre Astronauten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017